Wally, danke für den Follower. Okay. Viel haben wir, noch nicht genug. Jetzt werden wir genug. Jetzt können wir gehen. Ach, ja. Ist okay, jetzt kratzen, der schwimmt nicht. Ich weiß nicht. Ist mir auch so nimm Bock, gell? Zone kommen. Som, som. Shadowburn kassiert, naja, ist n 15. Shit, können wir einen Feiertag... Okay. Shadowburn. Wir müssen die Sicherheitszone erreichen. Oh, oh nein, ich hab ihn gerade gesehen. Ich steh mich noch dahin. Wir müssen noch 25 übrig. Die Augen offen halten. Zone... Ja, gehen wir gucken. Verwünsche Zendrone in der Luft! Stöten wir sie auf! Was ist denn? Weisst du, wo ist einer? Die gehen richtig kümmern. Ich treffe ihm nichts, was ich weiß. WTF?! Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Dem Auto ist Schiff, Knock. Hinter dem N-Cover. Feindliche Drohne ist ein Kick. Das findest du eigentlich durch. Naja, da ist wieder ein gelandet bei Schor. Feindlicher Soldat in der Nähe! Kannst du die Finishing live pingen? Nein, ich bin gerade bei dir in der Nähe jetzt. Ah, scheiße. Jetzt werde ich gesnaped. Den habe ich genockt. Super. Bei Schor landen viele, Mann. Ich brauche gleich keine Arme mehr. Eine Shield Break. Ich bin unter Beschuss. Eine Genockt. Hinter dem Laster ist wieder eine Genockt. Aber eine Resten gerade. in der Nähe wird. Hier kommen welche? Bei mir? Okay, ich komme. Sie gehört, ich weiß noch nicht wo. Feinde landen im Einsatzgebiet. Auftrag abblasen. Es ist vorbei. Bei Schor feiert den Ding in Richtung Kontroll. Ja, bei Schor. Mhhh ... Da ist ein mobiles Ziel. Wär Schor. Ich habe keine Munie mehr. Ich müsste Munie haben. Loadout. Oh Gott. Ach, der links ist noch, ne? Wieder genockt der Typ, Mann. Das dritte Mal jetzt genockt. Zweiter genockt. Ja, jetzt holt er mich von irgendwo. Hä? Das gibt's doch... Wie bitte? Das würde ich gerne mal sehen. PPSH für Feuer. Beide Schippshausen.